Einmal mit Profis. Herzlich Willkommen hier zum Vlog Berger, Krankenkasse, Fittschring, Austauschschule bei Buhnert. Wir sind's. Zwei von Herr Bergischen und wir sind erkennbar nicht auf der Nordbahntrasse, wie das letzte Mal angekündigt, sondern... Warum? ...weiter am Buschhäuschen, weil auf vielfachen Wunsch es einfach am Sport besser ist als auf der Pendelstrecke und es gibt Flutlicht. Freut euch auf ein paar spektakuläre Bilder. Lukas ist heute nicht da, der hat Urlaub und er holt sich noch vom Köln-Marathon. Respektable 1,55 auf der Halbmarathon-Distanz. Grüße gehen raus. Wir waren die letzten zwei Wochen nicht untätig. Markus, wir haben gedreht. Wir haben gedreht mit der ärztlichen Kinderschutzambulanz im Rahmen unseres Präventionsforum Extras. Wir haben Werbeklips gedreht für unseren Flexibonus 2. Was meint ihr? Wäre doch schön, wenn die Krankenkasse auch eure Laufschuhe bezahlt. Machen wir gern. Richtig leistungsstark. Jetzt informieren. Wir haben einen Sport gedreht zugunsten unseres neuen Gewinnspiels. 150 Jahre Bergische. Stimmt, 150. Das spielt auch eine Rolle. Wir hatten das FIFA 22 Bootcamp live bei Twitch mit den E-Sportlern von Bayer 04 Leverkusen. Und Grillkurse sind natürlich im Anmarsch. Das war ganz spezielle. Habt ihr bestimmt bei Social Media bei uns schon entdeckt. Markus, was steht heute anspruchig? Wieder nur Perverses. Wir werden heute wieder sprinten, sprinten, sprinten. Tempotraining bei Mona Fadlek. Da steckt das Perverse schon im Namen. 2 x 90 Sekunden im absoluten WKA-Tempo. Ballern bis zur Schmerzgrenze. Dann 4 x 60 Sekunden, 6 x 30 Sekunden und 8 x 15 Sekunden. Insgesamt 12 Minuten ballern. Und jeweils immer dieselbe Zeit, ne? Ja, also in Summe. 60 Sekunden sprinten, 60 Sekunden Pause. Richtig. Nur die Intervalle verändern sich. Genau. Ich grüße den raus an Steve Monagetti, dem wir das zu verdanken haben. Ein australischer absoluter Topläufer. Hi, Steve Monagetti hier, Marathonrunner. Ja, du guckst. Ja. Im Jahr 1990, 2.08, Distanz, Bestzeit auf der Marathonstrecke in Berlin. Nicht Halbmarathon, Marathon. Also doppelt so schnell. Lukas, think about auf der Marathonliste. Einen Schnitt hatte ich nicht mal in der Schule. Und der macht euch tempo hart für alles bis 5 Kilometer oder drüber hinaus, Stevie weiß davon ein nie zu singen. Ich würde sagen, wir gehen ins Training und berichten euch anschließend, wie es gelaufen ist, in bewährter Manier. Vorsicht aufs. Da sind wir wieder. Und Markus, wie war's? Es war extrem anstrengend. Ja, aber es ging schnell vorbei. Eben durch die Zyklen 90 Sekunden Belastung, 90 Sekunden Pause, 90 Sekunden Belastung, 90 Sekunden Pause. Und dann wurden die Zyklen kürzer und öfter. 4 mal 60 Sekunden, 6 mal 30 Sekunden, 8 mal 15 Sekunden. Und einerseits stellt sich der Körper über die Dauer dann doch auf die Belastung ein. Und zum anderen werden die Zyklen kürzer, auch zur Entlastung. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich eigentlich anderes, ne? Ja, na ja. Und wofür war's gut? Tempohärte und, wenn ich den Trainer richtig verstanden habe, für die Herzminuten, also so ein bisschen auch für das Pumpvolumen. Herzminuten. Ja, ich kann sonst nur Schäferstündchen. Schäferstündchen, ihr versteht. Schäferstündchen, Herzminuten. Ja. So, bleibt uns noch zu grüßen. Wir grüßen ganz herzlich den Lukas Richter heute. Richtig. Lukas, er verfolgt unseren Kanal aus dem Urlaub, aus der Ferne, beim nächsten Mal wieder dabei. Denn wir haben noch 2 mal diesen wunderbaren Vlog-Laufkurs Staffel 2. Und beim nächsten Mal dann Staffel 3. Und ich grüße ganz, ganz herzlich heute die Anne-Christin, Bützchen, Küsschen gehen raus, Fan. Ja, und im weitesten Sinne auch eine Kollegin. So. Bleibt uns noch zu sagen, seid uns gewogen, verfolgt unsere Social-Media-Kanäle. Stichwort Gewinnspiel. Stichwort Flexi-Bonus. Stichwort Präventionsforum extra. Stichwort Gewinnspiel. Hashtag 150 Jahre. Hashtag Touch. Hashtag HSV Damen. Hashtag Sport. Es ist so. Es ist wahnsinnig viel. Es ist eine Contentwelle. Es lohnt sich. Seid dabei. Bleibt dabei. Also, bis nächste Woche. Oh, Entschuldigung. Einmal mit Profis. Und Markus, wie war's Training? Super. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Ja. Flexi-Bonus-Tel. Gewinnspiel. Habt ihr eigentlich ein Skript? Ich hab schon immer ein Skript gehabt. Na klar. Hm? Herzlich Willkommen hier zum Wielauf. Bergische Krankheits-Hitschring. Austauschschule bei Brunert. Ein bisschen Spaß muss sein. Wo ist das? Oberthal. Äh... Kaiserhöhe. Busch-Häuschen. Das ist nicht die Austauschschule. Das ist Austausch-Universität. Austausch-Hor. Bootcamp. Grüße gehen heute raus an die Anne-Christin. Küsschen, Bützchen. Die zwei von... Die zwei von der Bergischen. Du singst jetzt Herzilein. Wir singen das im Duett. Wir surfen auf der Schlagerwelle. Ich mach den, äh, den Tenor dann aber. Ich seh, dass es schon kommt. Ist egal. Wir versuchen es einfach. Okay. Ich guck mal was reinschneiden. Herzilein. Du sollst nicht traurig sein. Denn du bist niemals allein. Denn Schuld war nur... Der Wein. Oh yeah.